hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren part von the last of us so dann wollen wir mal uns mit bill auf die suche nach dem auto machen oder der auto batterie besser gesagt aber wir noch was übersehen ja tatsächlich wir haben noch duktate vergessen das dürfen wir auf gar keinen fall vergessen und hier auch noch ganz wichtig noch etwas mitnehmen sollten sie haben uns noch drin hey schwöre dir wenn du was geklaut hast du behältst sie doch im auge oder ich pass auf gucken erst mal oben ok wie geht es nicht weiter schön hast du es hier wenn du was zu beichten hast bist du hier genau richtig das ist nicht dabei okay ich werde nichts anfassen aber aber in dem tropfen alles mit bombennotiz ok zeit zu packen Elli, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Oh, Mann. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist doch nicht. Wenn du meinst. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, habt ihr das gehört? Sei ruhig. Shit. So kann ich sie dir. Oh, shit. Oh, shit. Komm, ich hab keine Bands. Komm, ich hab keine Bands. Ich hab keine Bands. Ah, fuck, die Dottie, die Dottie. Scheiße, Mann. Ganz vorsichtig. Da rechts. Die anderen sind diesmal unten geblieben. Vorsichtig. Oh, schön. Ja, geht rund an da hin. Ja, sehr schön. Okay, weiter so. Sehr schön. Da kommen ja noch mehr. Dann machen wir erst mal das hier. Hier. Autsch. So. Hier haben wir. Uh. Uh. Was? Shit. Nach mehr. Hm. Da ist einer. Da. Da. Da ist einer. Oh. Oh. Scheiße. Oh. Da. Irgend. Da nehmen wir den Mordertopf. Ich werde von Anfang an nehmen sollen. Damit die Pfeile nicht verschwendet. Oh, Gott sei Dank. Na egal. Ich glaube das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Ja. Ja. Das befürchte ich auch. Moment. Ich habe einen Film. Wir sollten sehr leise sein. Ja. Nein, das ist immer gut. Ich habe einen Film. Ich habe eine Film. Ich habe einen Film. Ich habe einen Film. sich sind... noch nicht. Auich... davon nur eins... ... und nur zwei. Okay, das war jetzt nicht so geplant, aber was soll's. Scheiße! Puh, Glück gehabt, das hätte er ins Auge gehen können. Oh oh, nicht gut. Shit, 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 shit. Das ist ein Runner. Das ist ein Runner. Das da drinnen müsste auch einer sein. Ja. Ja. Scheiße. Nein. Shit. Ich hasse das. Okay, das Ding ist auch ziemlich kaputt schon. Was haben wir denn noch? Ich hoffe. Okay, den Clicker von hinten greifen und dann mit dem Messer. Ja. 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 Shit. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, der Clicker kann uns ja nicht sehen. Aber die Runner dafür. Das ist ja das Problem. Scheiße. Ja. 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 Was. Ja. Ja. Gut, ging nun mal nicht anders. Egal, erledigt ist erledigt. Jetzt haben wir wenigstens hier erstmal Ruhe. Okay, dann sehen wir uns mal obenrum. Ja, da drin ist alles ruhig. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! Okay. Hier ist soweit nichts. Und das. Ja, hier ist soweit leer alles. Die Treppe können wir nicht hoch. Na gut. Gut. Okay. Das ist sicher. Jetzt geht's mir. Oh, Gott! Oh, Gott! Auch hier! Oh! 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 Das war's. Danke. Phew. Oh. Das. Das. Und. Sehr schön. Mal was bauen. Nein, leider nicht. Ok. Na. Dann müssen wir auch die Schrubflinte wechseln. Nichts. Voll. Alles. Ok. Hier können wir nichts mehr haben. Ok. Ok. Hier lang. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was? Die Kratzentür? Joel, das ist dein Ding. Sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Ok, Bill. Drinnen sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, scheiße. Oh. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vier Stück. In der Mahlzeit. Sie sind zu nah dran. Mist. Ich bin jetzt um den Wohnwagen entlocken. Funktioniert ja prächtig. Bleib mal ein paar sehen. Ruhig stehen. Hier irgendwo noch eine Flasche. Ah ja. Stimmt ja. Stimmt ja. Der Feierbogen. Es muss sitzen. Nein. Super. Der hat gesessen. Jetzt noch Nummer zwei. Ganz ruhig. Ja. Sauber. Wunderbar. Schönes Ding. hit. Ja. Nee. Schnelles Ding. bleib stehen du blödes denn du wo ich daneben geschossen habe hier ist aber auch nichts man verwenden könnte sonst es ist das vielen in den raum drunter so kommen wir doch wieder raus sehen oder ja super okay das kommt zurück so abwarten bis das ding wieder zurückläuft noch eins ist das überhaupt ein clicker er war eins ich hoffe das wäre ein runner naja egal erledigt ist erledigt sehr schön gucken was wir hier finden wird wohl nicht viel sein aber das wer hat das da gelassen hast du freunde hier nein aber ich kann mir schon denken wer den weg nutzen könnte die schule ist hier nebenan gehen wir rein so ist ja alles sauber ja sieht sauber aus dann wollen wir mal einsacken wo es zum einsacken geht das 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 noch irgendwas nein nein ja ja hilf mir mal kurz mache ich sofort ich will mich hier nur gründlich umsehen das Wir basteln. Das. Tarbu, 1,0. Tarbu, 2,0. Tarbu, 1,0. Tarbu, 2,0. Tarbu, 5,0, Tarbu, Magna Dioish Hey, äh, hast du kurz Zeit? Nicht jetzt, Ellie. Okay. Na gut. Auf geht's. Zubel wieder. Das wäre da wieder ungeduldig. Hehehe. Was hab ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Hm, was du nicht sagst. Hm, Runner. Shit. Das hört sich an, wenn sie so heulen. Oh, Mist. Oh, Mist. Ah! 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 Na ja, man muss ja irgendwo eine Munition sparen, ne? Gut. Und das. Hey, lauf! Lauf! Scheiße. Shh. das war einfacher als gedacht wir müssen woanders stecken wir sollten nichts riskieren wie kommen wir rein liegt einer leiter auf dem bus hilf mir da hoch dann hol ich sie gut bleibt vorsichtig da danke nichts wie hoch alles okay wir müssen nur zur motorhaube kommen sie kommen schnell jetzt keine okay wir gehen schnell rein wir holen uns die batterie und wir machen dass wir hier weg los 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 jetzt mal auf schnell rein los Los, komm! Das hört sich halten! Bill, jetzt beeil dich! Hilf mir! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erst mal weg hier! Wir müssen rausstehen! Komm mit! Sie kommen rein! Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Ich bringe uns hier raus. Ich bringe uns hier raus. Ihr späht euch an den Ballen. Ihr wisst euch. Ihr wisst euch, ihr wisst euch. Ihr wisst euch. Ihr wisst euch! Ich habe das noch einen Gehirn in der Mitte, aber es ist gut, wenn man das nicht so schön, dass ich so ein Spiel das in die Mitte ist. Ich habe das noch eine gute Idee. Ich habe das noch eine gute Idee, aber es ist doch ein bisschen wichtig. Aber ich habe das noch eine gute Idee. Ich habe das noch eine gute Idee. Ich habe das noch mal. Das war's. Okay, wo geht's? Äh da lang. Das ist jetzt ein Runner. Verdammt. Was bist du? Stopp! Arschloch weg von mir! Lass mich los! Den Flur runter. Durch die Klassenräume geht's schneller. Shit. Wir wechseln aber auf diese ein. Die Waffe. Hier geht es durch. Wir müssen an denen vorbei. Was du nicht sagst. Ich bin nicht gekommen. Hier. Hier. Nein. Ich wollte die zweiten gar nicht mehr haben. Scheiße. Das war aus Reflex gewesen. Also. Na ja. Was soll's. Passiert ist passiert. Den Raum mit. Wälde aus und weg. Wälde aus und weg. Vorsichtig. Ach kacke. Da können wir lang. Den Flur runter. Witzig. und weg. Auf etwas weiter. Ich habe es. Das ist doch alles. Oh ja! Those sind ja los! Die Flur. über das können wir das noch aufnehmen ja mal sehen wer weiß was uns dahinter erwartet finden wir es raus und wie es hier weitergeht das erfahrt ihr im nächsten part wie immer danke ich euch fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat gebt denen einen daumen nach oben und dann lasst ein paar kommentare und wenn ihr keinen part mehr verpassen wollt dann klickt auf den abonnieren des weiteren würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir auf facebook folgen würdet den link findet ihr in der video beschreibung und falls ihr euch gerne mit anderen über video games austauschen möchtet dann besucht uns doch im games palace forum wir würden uns sehr freuen den link findet ihr sowie auf der endcard als auch in der video beschreibung in dem sinne wünsche ich euch alles gute und bis zum nächsten part